Wie jetzt genau der Konflikt zwischen deinem Bruder und Chanel gekommen ist, habt ihr nicht geredet, ja? Hat er mich nie gesagt. Aber ich kann mich schon ganz genau daran erinnern, wo ich deinen Bruder mehr oder weniger kennengelernt habe. Das war bei uns in Kreuzberg im Eiszeitkino zur Premiere von Rap City Berlin 1. Das ganze Kino war nur voll mit Rapper, es war für die Öffentlichkeit nicht zugelassen. Ich komm da rein, ich hab gerade angefangen mit Musik. Wer setzt sich neben mir hin? Dieser Dog. Macht sich erstmal direkt im Kino ne Kippe an, Digga. Fragt erstmal im Kino an, erstmal zu paffen. Und dann kommt dieser Bericht halt über 0-3-0 Gangsterkrieg. Richtig aggressiv Bruder guckt in Richtung diese Leinwand zu Chanel und sagt, du bist ein Gangster? Wer hat dein Mikrofon? Dezo Dog. Wer hat deine Boxen? Dezo Dog. Wer hat das gemacht? Dezo Dog. Laut, laut, ganze Kino. Keiner traut sich irgendwas zu sagen, Digga. Keiner. Ich hör dir, er ist mittendrin am Paffen, die ist da auf Agrohalter sitzt. Ich denk mir, irgendwie, ich feier den.